Ja, liebe Freunde der Fotografie und Retrofotografie, ich da mal wieder und diesmal nicht mit einem Retroobjektiv. Dieses Mal habe ich mir einfach gedacht, Junge, nimm doch einfach mal ein Olympusobjektiv mit. Hat sich mal so angeboten, dass ich mal in die Zoom-Zoom, also Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen gefahren bin. War so ein spontaner Einfall und habe mir dann gedacht, weißt du was, weil du es da wieder mit bewegten Tieren zu tun hast, die nicht stillhalten, wenn du es gerne hättest, nimm mal lieber ein Autofokusobjektiv mit und dann schnapp dir mal ein Olympuskrempel. Und was habe ich gemacht? Bin ich hingegangen und habe an meiner Pen F das 40-150 Pro 2.8 dran gemacht. Sieht heftig aus, aber lässt sich total easy hier, wenn du hier die Blende ausfährst. Ich war sehr überrascht, lässt sich total easy handhaben hier, ja, total leicht. Also ich möchte nicht in dem Brennweitenbereich, der da bei 80-300 liegt, bei einem Vollformat, ja, möchte ich nicht durch die Gegend schleppen. Und da sind Leute mit Vollformat durch die Gegend gelaufen. Also nichts gegen Vollformat, aber den ganzen Tag das Zeug da durch die Gegend schleppen muss jetzt so auch nicht sein. Ja, jedenfalls, ich fotografiere halt gerne mit MFT. Ich habe natürlich auch Vollformat, die ganzen Krempels hier rumliegen, aber da hatte ich keinen Bock, das mitzuschleppen. Das ist wirklich von der Bildqualität her, ah, lass mal den Streit lieber. Ja, also habe ich das halt mitgeschleppt an der Pen F. Ja, 40-150 Pro 2.8. Was ich aber auch mitgeschleppt habe, und das ist wieder mal ein gnadenloser Beweis dafür gewesen, dass diese Gummilutsche wirklich totales Gold wert ist, so ein Ding. Das ist jetzt eine andere, wie ich letztens schon mal getestet habe. Die hat nämlich hier hinten einen größeren Durchmesser, damit die dann auf dieses Objektiv hier drauf passt nachher. Muss natürlich hier drüber ziehen hier, na gut. Diese Gummilutsche kannst du dann auch die ganze Zeit lang drauf lassen auf dem Objektiv, auf der Streulichblende, ja. Das macht überhaupt nichts aus. Du kannst natürlich die Streulichblende auch abmachen, dann dehnst du den Gummikram hier nicht zu sehr, weil das fungiert ja dann auch als Streulichblende, ne. Musst also überlegen, was du tust. Ich hätte genauso gut, dass ihr die Streulichblende, die Originalstreulichblende hier von der Olympus abmachen könnt. Und da fällt mir ein, es gibt tatsächlich immer noch Leute, die behaupten, man könnte die Streulichblende von dem 40-150 nicht entfernen. Das gibt es tatsächlich. Okay. Wie dem auch sei. Ja, wie man sehen konnte, ist der Durchmesser hier ein bisschen geringer. Das Problem ist nur dann hier, das hier vorne richtig festzumachen. Dann liegt das hier genau auf dem Rand und stört vielleicht ein bisschen. Hätte gehen können. Dann liegt es aber gar auf diesem knappen Rand. Das hält sehr gut, das Zeug eigentlich, diese Gummidinger, ne. Aber dann wäre das so ganz klapp. Ich mag das nicht. So. Also habe ich die Streulichblende drangelassen. Und habe dann hier über die Streulichblende hier das Gummiding drüber gemacht. Ja, wozu ist das gut? Und gut, dass ich das mitgenommen habe. Das ist dazu gut, dass wenn du Scheiben zwischen dir und den Tieren hast, dann kannst du das praktisch hier an die Scheiben dran pappen. Ja, hast du an dem Objektiv dran und machst das an die Scheibe dran. Ja. Somit vermeidest du Spiegelungen. Das heißt, die Spiegelungen sind weg, auf Deutsch gesagt. Ich habe auch Polfilter mal mitgenommen, weil ich wollte das mal ausprobieren. Mit einem Polfilter, da kannst du zwar schon einiges regeln, was das angeht. Da kann man einige Sachen mitmachen, aber wie wir ja wissen, ist ja auch eine optische Sache. Wenn so eine Scheibe zum Beispiel schon ein bisschen schräg steht oder das Doppelglas ist oder wie auch immer. Oder so dickes Panzerglas, wie das bei den Bären zum Beispiel da und so weiter war. Da kommt teilweise der Polfilter überhaupt gar nicht mehr mit. Und irgendwie hat das mit dem Polfilter da überhaupt nicht richtig funktioniert. Ich habe da zwei verschiedene Varianten, zwei verschiedene Firmen gehabt. Habe das ausprobiert, ging nicht. Je nach Art der Spiegelungen kannst du das vergessen. Und auf den Heckmeck hast du dann auch keine Lust. Machst einfach diese Gummilutsche da dran, hältst das an die Scheibe. Und das Schöne ist ja, dass das so elastisch ist, der ganze Kram hier. Das saugt sich dann ein bisschen an der Scheibe fest. Das stört natürlich bei diesem Objektiv gar nicht, weil Fokussierung und ganze Kram ist ja inliegend. Du kannst dann die Kamera auch schön bewegen und kannst dann schön, obwohl das abgedichtet ist an der Scheibe, kannst du wunderbar dann auch anvisieren. Dann will ich das Tier anvisieren. Ja, also war wieder mal Gold wert dieses Ding. Ich habe direkt mal welche nachbestellt, falls sie mal kaputt gehen. Und ja, also wie gesagt, mit dem Polfilter kriegst du das nicht so gut geregelt wie mit diesen Gummidingern. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich habe es jetzt hier 10.000 Mal ausprobiert. Es ist einfach richtig genial. Ich habe da auch ein paar Bilder mal mit reingenommen, wo man das dann sehen kann. Ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren über dieses Objektiv. Jetzt geht es erstmal nur rein um den Zoo. Wir hatten ursprünglich vor, immer wieder mal in den Kölner Zoo zu fahren. Schlagt mich nicht. Meiner Erinnerung nach war es früher so, dass du in den Kölner Zoo auch mit Hund rein durftest. Wer will da was? Meine ich jedenfalls. Wie dem aber auch sei, der Kölner Zoo ist ebenso teuer wie jetzt hier Zoom. Kommt aber meines Erachtens nach bei weitem nicht mit. Bei weitem nicht. Also ich will da keinem was Böses, aber es war eine gute Entscheidung. A. Kann man in diesen Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen seinen Hund mitnehmen. Was auch einen kleinen Nachteil hat, den zeige ich euch gleich. Das ist schon mal für uns sehr wichtig. Und B. Ist der Preis entsprechend Kölner Zoo, soweit ich weiß. Ich könnte mich da jetzt vertun. Ich müsste mal Kölner Zoo gucken. Aber ich bin aus Kostengründen dies Jahr nicht hingefahren, obwohl ich keinen Hund mehr nehmen konnte. Ja. Kommt meines Erachtens nach bei weitem nicht mit. Außer natürlich das Terrarium und Aquarium im Kölner Zoo ist natürlich richtig cool. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber so ist das eine richtig, richtig coole Sache gewesen. Ich würde sagen, wir handeln einfach mal ganz kurz das Negative mal zuerst ab. Ich lese das mal vor. Warte mal. Eintrittspreise. Zoom-Erlebniswelt. Erwachsene. 21,50 Euro. Und irgendwo steht hier auch was davon, wenn ich mich nicht vertan habe, dass es sogar einen Euro Aufschlag kostet, wenn du das nicht online bestellst, sondern an der Tageskasse. Hier steht das. Preise gelten. Bla, 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 bla. Beim Kauf an der Tageskasse wird eine Servicegebühr von 1 Euro pro Eintrittskarte erhoben. Das Problem, was dabei besteht, ist, dass du auch für den Hund bezahlen musst, nämlich 6 Euro. Was dann auch wieder eine Eintrittskarte ist. Nur so nebenbei. Das heißt also, 21 Euro für den Erwachsenen, 6 Euro für den Hund und Kinder von 4 bis 12 Jahre kosten 14 Euro. Und ab 12 Jahre bist du schon kein Kind mehr, laut denen. Bist du Erwachsener, dann musst du wohl auch 21,50 Euro bezahlen. Das kannst du dir ausmalen, eine Familie mit zwei Kindern und einem Hund, was das kostet. Das ist also nicht ganz ohne. Parkplatzgebühr, auch nochmal 6 Euro. Empfehlen möchte ich direkt mal, wenn es ein Wochenendstags ist oder in den Ferien, fahrt direkt hinten durch zum Parkplatz 3. Vorne die beiden Parkplätze, das hat gar keinen Sinn. Da war ein totales Chaos. Also wir sind direkt durchgefahren. Parkplatz 3 und da war noch genug Platz. Aber mal ganz ehrlich, liebe Leute. Muss denn die Parkplatzgebühr von 6 Euro auch noch sein? Echt jetzt? Ohne Quatsch? Ein Hund 6 Euro? Why? What? What? Warum? Ja? Und kommt mir nicht immer mit den angeblichen Hinterlassenschaften von den Hunden, weil wenn dazu wirklich wäre, dann hättet ihr längst das mit den Hunden verboten. Ja? Und Kinder von 4 bis 12 Jahre, 13, 14, 15 sind auch noch Kinder. Sag ich jetzt mal so. Aber okay. Also rechnen die mal aus. Zwei Erwachsene, zwei Kinder und ein Hund. Was das kostet, ne? Das ist schon nicht ohne. Aber dafür muss man wirklich zugeben, sensationell. Richtig, richtig gut. Das ist in drei Themenbereiche aufgeteilt, dieser Zoo. Ah, fällt der Name jetzt nicht ein. Das kann nicht wahr sein. Ja. Asien, Afrika und Alaska. War es Alaska? Ich meine Alaska. Ja? Das heißt, du gehst rein, hast dann so einen großen Platz und dann gehst du zuerst rechts nach Alaska. Dann gehst du ewig lang. Das ist total lange Lauferei. Überall immer wieder riesige Gehege. Ohne Quatsch, alter Schwede. Riesige Gehege für die Tiere zum Teil. Also wirklich nicht so klein, eng, wo die Viecher sich irgendwie quetschen oder so, sondern riesengroß zum Teil. Richtig super sauber gepflegt. Also drei Themenbereiche. Dann kommst du raus, du musst diesen Rundweg gehen, kommst dann wieder an diesem Hauptplatz raus und gehst dann in den nächsten Themenbereich rein. Zum Beispiel Afrika. Auch musst du wieder diesen Rundweg gehen und so weiter. Richtig gut gemacht mit der Wegführung. Richtig genial. Spielplätze für Kinder ohne Ende. Indoor, Outdoor, Abenteuerspielplatz, Indoor und so weiter. Und zwar sind die thematisiert. So je nachdem Bereich, wo die gerade sind. Jeder Bereich hat seine Kinderspielplätze oder Kinderspielplatz. Und das ist dann auch dementsprechend thematisiert. Ebenso mit den Essen. Jeder Themenbereich hat seine Gastronomie. Und das ist auch dann so entsprechend thematisiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Gastronomie. Leider Gottes auch nicht ganz billig. Muss man dazu sagen. Deswegen fahren so viele Leute mit Bollerwagen da rum. Kann ich auch gut verstehen. Familie mit Kindern und dann noch Essen. Da bist du locker mal 150 Tacken los. Das ist dann ein Jahresevent oder so. Aber auf der anderen Seite lohnt es sich wirklich sehr. Sehr gepflegt. Sehr gut durchdacht. Super gemacht mit den Tieren. Hat sich trotzdem, was es kostet. Richtig, richtig gelohnt. War ich total begeistert von. Fahre ich auf jeden Fall nochmal hin. Vor allen Dingen für Kinder. Sehr, sehr empfehlenswert. Wegen der vielen Spielplätze, Spielmöglichkeiten. Was die Kinder da machen können, lernen können und so weiter. Richtig cool. Was ich ein bisschen lustig fand, war am Anfang in die Afrika-Welt, nee, Alaska-Welt rein. Da wollten sie Fotos von dir machen. Konnten stand ein paar Typen mit einer Kennen rum und wollten von den Leuten, die sie da hinstellen, Fotos machen. Erinnerungsfotos reicht noch mit dem Handy. Nee, sorry. Ja, aber die Preispolitik ist ein bisschen seltsam gewesen. Ja, wie gesagt. Aber es lohnt sich trotzdem. Richtig gut gemacht. Und es gibt richtig was zu sehen. Ja, es gibt wirklich richtig was zu sehen. Und du bist wirklich lange unterwegs. Wir waren um 13 Uhr da und die machen, glaube ich, 18.30 Uhr zu. Oder wie war das hier? Warte mal, waren in den Öffnungszeiten. Lass mich mal kurz gucken. Reiseanfahrt. Ja, Hunde im Zoo. Lassen wir das mal kurz durchlesen. Also, Hunde sind willkommen. Und das muss ich wirklich sagen. Also, die ganzen Wege entlang, diese ganzen Rundwege entlang, alle paar Meter hängen unten am Boden Wassernäpfe für Hunde. Alle paar Meter. Überall. Also, da mangelt es echt überhaupt gar nicht dran. Gar keine Frage. Richtig gut gemacht. Da gibt es aber irgendwie eine Regelung hier. Warte mal, muss ich mal suchen kurz. Damit man da mal kurz drüber Bescheid weiß. Preise. Hier stand dann irgendwas. Und zwar, es darf pro Besucher nur ein Hund geführt werden. Jedoch nicht mehr als drei Hunde in einer Gruppe. Also, das heißt, wenn du mit 50 Leuten da reingehst, dann darfst du nicht 50 Hunde mitnehmen. Sondern in dieser Gruppe dann maximal auch nur drei Hunde. Ja. Ah ja. Und da gibt es ein oder zwei Einschränkungen, wo du die Hunde nicht mitnehmen kannst. Das sind solche Durchgangsgehege. Das war, glaube ich, diese Limureninsel zum Beispiel. Das ist total genial. Da haben die extra so eine Insel gemacht. Da steht dann so ein Security-Typ. Der passt auf. Und da kannst du auf so eine Insel gehen, auf Deutsch gesagt. Und dann baumeln da überall Limuren rum. So sollte das sein. Ich habe nur einen gesehen. Ja. Aber die laufen da frei rum. Die laufen da frei rum. Und da dürfen die Hunde natürlich nicht mit rein. Wo die Hunde mit rein dürfen und wo nicht, ist immer durch Schilder gekennzeichnet. Wenn du irgendwo nicht mit rein darfst, wie zum Beispiel klarerweise auch in den Abenteuerspielplatz für die Kinder. Diesen Indoor-Spielplatz. Auf Spielplätzen haben Hunden immer nichts zu suchen. Dann stehen da auch trotzdem Schilder. Weil nämlich viele Dinge und Häuser. So Gewächshäuser, ich nenne sie mal Gewächshäuser, Truppenhäuser oder all so ein Kram. Da gehst du mit dem Hund aber auch durch. Sonst steht da ein Schild. Du hast also mehrere große überdachte Dinger, wo du durchgehen kannst. Und da darf meines Erachtens nach der Hund mit rein, sonst steht da ein Schild. Also das war das. Hätten wir das mal abgehakt. Ja, habe ich alles gesagt. Ich habe auch gesagt, dass sich das wirklich sehr lohnt. Die Fahrt dahin muss sich jeder selber überlegen. Parkplätze, das ist so eine Preisangelegenheit, wo ich wirklich den Kopf schütteln muss. Tut mir leid. Bezahlen kannst du diese Tickets schon, wenn du den Parkplatz benutzt, den kannst du im Park. Park sind, Parkplatzautomaten, oder kannst du direkt, wenn du reingehst, schon an der Kasse bezahlen. Ja, wie gesagt, wir waren um 13 Uhr da. Ich meine, 18.30 Uhr machen die zu, wenn ich mich da nicht täusche. Das ist wirklich ein Witz. Ich kann das jetzt hier gerade nicht sehen. Ah doch, hier, ich bin ja vielleicht. Öffnungszeiten bis März, bla bla bla. So, April bis September haben die bis 18.30 Uhr auf, genau. So, wenn du um 13 Uhr da bist und willst das wirklich richtig sehr, sehr gemütlich machen und möchtest dich auch ein, zweimal richtig ausgiebig irgendwo hinsetzen, um zu essen oder um Pause zu machen, dann wird das knapp. Dann wird das knapp, weil die Gastronomien machen ja auch ab einem bestimmten Punkt schon langsam zu. Würde ich sagen, so 12 Uhr sollte man da sein, mindestens. Also, die haben auch so Nachmittagstickets, die sind dann total extrem vergünstigt, ist dann ab 16 Uhr, aber das bringt es dann auch nicht so ganz. Das schaffst du dann gar nicht, das schaffst du nicht. Also, wie lange du durch eine Themenwelt durchläufst, ist schon Irrsinn, ne? Aber richtig cool. Also, das ist richtig cool, das mache ich nochmal. Ja, das war jetzt mal das dazu. Ja, und wie gesagt, Autofokus, ja, kann ich nur sagen, den Fehler habe ich gemacht, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, ich trottel. Wenn du diese sich bewegenden Tiere fotografieren willst, mach doch mal bitte den kontinuierlichen Autofokus an. Habe ich teilweise nicht gemacht, weil ich war so begeistert von dem ganzen Kram und habe da echt nicht dran gedacht. Das ist so ein dummer Fehler gewesen, ne? Ich hätte deutlich mehr Bilder gemacht. Ich habe das nachher relativ früh zwar schon bemerkt, aber ja, ich werde halt alt, ne? Ja, musste ich kurz unterbrechen. Aber egal, dann fangen wir mal kurz an, schauen uns mal die Bilder an. Die werde ich nicht alle so komplett, alle einzeln angucken, das wird viel zu viel. Ich habe so viele Bilder gemacht, das wird dann viel zu lang. Ich würde sagen, gehen wir mal einfach Workspace rein und gucken mal ein paar Bilder an. Wo bist du denn? Workspace, da ist er doch. So, die üblichen Kandidaten hier offen fotografiert, offen fotografiert, das ist auch offen fotografiert, alles mit dem 40-150 hier. Also über die Schärfe offen brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, überhaupt über die Schärfe, überhaupt über das Objektiv brauchen wir nicht diskutieren. Das sieht auch gut aus, brauchen wir auch nicht diskutieren. Den Kandidaten kennen wir auch, den kennen wir auch. Ja, so, das mache ich immer, bevor ich da rausgehe. Ja, dann kommt man dann irgendwann mal an. Zoom-Erlebniswelt an stark frequentierten Tagen, so sprich Wochenende in den Ferien, irgendwas, pipapo. Tut euch den Gefallen, fahrt direkt zum Parkplatz 3 ganz hinten durch. Müsst da zwar 500 Meter laufen, aber in der Zwischenzeit könnt ihr euch dann bis zum Eingang darüber ärgern, dass ihr 6 Euro Parkplatzgebühr bezahlen müsst. Ja, wie gesagt, vorne die beiden Parkplätze sind kleiner und da ist direkt die Hölle los, kannst du vergessen. Fahrt einfach hinten durch und gut ist, braucht sich den Stress nicht anzutun da. Ja, gesagt, dass man die Parkplatz-Tickets direkt auch an der Kasse, wenn du die Tickets kaufst, ja, da kannst du direkt auch die Parkplatz-Tickets direkt mitbezahlen, damit du wieder rauskommst oder machst du im Park sind, parkst du einen Automaten am Ausgang, Eingang, wie auch immer. Ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren, Schärfe ist keine Frage hier. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, dann ist das ja wie gesagt aufgeteilt in Alaska, Afrika und Asien die Themenbereiche und wirklich, du läufst da Ewigkeiten durch und du musst da durchgehen. Das sind so Rundwege und das ist natürlich richtig cool gemacht und das sind immer wieder Zwischenstationen, die Spielplätze, Gastronomie, alles thematisiert, die Spielplätze, die Gastronomie ist thematisiert. Und es ist immer so, weil es sind wirklich riesige Gehege für die Tiere teilweise, ja. Also es ist nicht so, dass die zusammengefärscht wie in so manch anderem Zoo, damit die Leute die auch sehen können. Ich glaube, die haben das da anders gelöst, die haben das so gemacht, dass die Tiere schön auch ausweichen können. Aber es ist nicht immer nur so eine Ecke, wo du in das Gehege reingucken kannst, ja, sondern an mehreren Stellen kannst du an den Gehegen dann reingucken und erwischst immer irgendein Tier, siehst immer irgendein Tier, ja. Okay, manche haben sich auch verdrückt, haben da gar keinen Bock drauf gehabt, war ja auch tierisch warm. Aber das ist richtig genial gelöst und riesig, riesige Gehege, wirklich riesige Gehege für die meisten Tiere, die sowas auch brauchen. Echt, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und gibt genug Möglichkeiten da, ne. Ja, und du musst halt immer wieder diesen Rundweg gehen und dann kommst du wieder am Hauptplatz an und dann gehst du zum Beispiel Alaska rein, kommst wieder raus, dann gehst du Afrika rein, wieder raus. Und das dauert ewig, Leute. Wir hatten wirklich zu viel Platz. Ich hätte gern sehr viel mehr Einstellungen mit der Kamera hier ausprobiert und mit dem Objektiv, weil ich mit der Pen F, mit diesem Objektiv noch nicht unterwegs war. Da hätte ich gern mal ein bisschen rumgespielt, ein bisschen mehr. Das ging aber nicht. Das Objektiv habe ich schon Millionen Mal benutzt. Ja, das habe ich normalerweise an der großen Olympus dran. Aber, ja, an der Pen F noch nicht. Hätte ich gern mal ein bisschen mehr ausprobiert. Aber wir sind um 13 Uhr erst da gewesen. Und das ist ein bisschen knapp bis 18.30 Uhr, kann ich euch sagen. Also unter 12 Uhr würde ich persönlich das nicht machen. Und vergesst diese Tickets hier, die ab 16 Uhr angeboten werden. Da musst du ja einen Dauerlauf durchmachen. Das ist ein, das ist wirklich, also normalerweise würde ich sagen, den ganzen Tag kannst du aufhalten. Ja, wie gesagt, das sind so einfach mal so, was am Wegesrand so rum, ne, machst du mal ein paar Bilder. Das war ein bisschen schlecht, weil das war durch so ein Gitter hier, ja, das war dann schon ein bisschen doof. Da musstest du gucken, was du da geregelt kriegst. Diese Gitter sind Todfeinde, ne. Kann man zwar ein bisschen tricksen und machen und tun, aber im Allgemeinen, ja, die auch. Musst du dann immer wieder gucken, dass du sie erwichst. Da reicht aber dieses 150er aus. Ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt ein noch größeres Objektiv mitnehmen, weil, was willst du machen? Den Tieren, die Augen einzeln fotografieren, die Iris fotografieren oder was. Also man kommt derart nah an die Tiere ran, dass hier im MFT-Bereich dieses 150er ausreicht. Ja, kannst natürlich auch ein anderes noch nehmen. Zoom ist aber angesagt, ne, aufgrund der Tatsache, dass die Entfernungen so variieren da. Aber ich denke mal, wenn du im MFT-Bereich bist, dieses, ähm, 40, 150 ist schon richtig perfekt gewesen, finde ich. Obendrein kommen wir noch dazu gleich, dieser elektronische Telekonverter. Äh, wobei ich direkt mal sage, ich käme im Leben nicht mehr auf die Idee, mir so einen, äh, optischen Telekonverter von Olympus zu kaufen. Was die gebraucht noch kosten. Äh, diese MC14, MC20 und sowas, gar keinen Fall, ne. Äh, also für das, was der elektronische Telekonverter kann, reicht das für mich, in meinen Augen, reicht das vollkommen aus. Reicht dir die Schärfe nicht aus, dann hast du ja eh unter Umständen in RAW fotografiert, zack durch Topaz und gut ist. Sehe ich aber auch als sinnlos an irgendwo, ne. Aber muss jeder selber wissen, ne. Wenn ich mir die Schärfe angucke, ist ja, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber wie gesagt, ich werde nicht auf jedes Bild eingehen jetzt hier, weil, ähm, das sind viel zu viele. Ich habe schon ausgesiebt hierfür zu zeigen, ja. Das war total genial. Das ist auch ein ziemlich großes Ding gewesen. Da wurde dann der heimische Biber gezeigt. Ich habe zwar keinen Biber gesehen, aber ich glaube den Leuten mal, dass da einer war. Hier war mal so ein Holzding. Ja, und was die Schärfe angeht, sieht man hier, ne. Brauchen wir auch wieder nicht drüber diskutieren. Auch, das Tier bewegt sich ja, ne. Mit den richtigen Einstellungen, gar kein Problem alles, ne. Die putzt sich gerade hier, ja. Und wenn ich mir das dann so angucke, wenn du alles richtig eingestellt hast, einigermaßen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich hier Zeitautomatik benutzt habe oder was. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber guck dir mal diese Perlen hier zum Beispiel an. Ja, diese Wasserperlen hier drauf. Wenn du das dann übertreibst, du machst es noch größer, 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 größer. Du hast ja irgendwann mal Feierabend mit der Schärfe, das ist ja auch klar, ne. Ähm, ja. Aber da brauche ich nicht drüber diskutieren, über die Objektive. Der hatte nur ein Horn. Naja, war auch so ein Ding. Ja, die haben sich da ein bisschen im Schatten aufgehalten. Da hat sie natürlich ein bisschen Mühe, dass das funktioniert, ja. So, mit den Bären war auch so ein Ding. Die hat auch keinen richtigen Bock gehabt. Die hat sich nur ab und zu mal sehen lassen. Musste echt Geduld haben. Hier ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Belichtungsmethoden, was man hier angewandt hat mal, ne. Das ist natürlich das Optimalere hier. Hier habe ich dann mal, achso, ne, hier bin ich dann hingegangen, die Belichtungskorrektur mal weggedreht. Ja, mit all diesen Sachen muss man halt ein bisschen rumspielen, dann halt, ne, um zu gucken, was ist dann die beste, womit kriegst du die besten Aufnahmen hin. Das ist auch so ein Ding. Das ist ein gutes Beispiel dafür gewesen. Das Bärengehege kannst du praktisch einmal ganz drum herum gehen, ja. Und am Anfang, wo der eine Bär hier war, der hier, da war das nicht so sonderlich interessant, aber ein paar Meter weiter hast du dann gesehen, wo gucken die denn die ganze Zeit hin, ja. Und die haben dann nach oben geguckt, wo die ganzen Leute standen, ja. Die kommen mir beide so vor, wie von der Twix-Werbung hier irgendwie so, ne. So, welchen willst du reinbeißen, links oder rechts, ist egal. Beide machen so ein knackendes Geräusch beim Reinbeißen, ne. Die gucken wirklich zu hoch zu den Leuten, als ob das umgekehrt wäre, als ob die sagen wollten, was machen die Spinner da oben, ey. Also, richtig cool. Ne, andere Belichtungsmethode mal ausprobiert, und, und, und. Ah, ne, das ist gar nicht wahr. Das war so, das ist eine normale Belichtungsmethode, habe ich alles auf neutral gestellt, auch die Belichtungskorrektur auf neutral. Und hier habe ich mal sogenannte, eine schöne Funktion benutzt, die für einige Gelegenheiten, einige, ich möchte es betonen, einige Gelegenheiten sehr, sehr hilfreich ist, auch bei Portraits. Eine Funktion, die Olympus bietet, und zwar nennt die sich E-Auto. Einige Olympus-Kameras, die moderneren leider nicht mehr, haben an ihrem Einstellrad eine Funktion hier oben, ich weiß nicht, ob man das jetzt einblenden kann, sehen kann, die nennt sich E-Auto. Jetzt kann man darüber natürlich lachen, und die Nase rümpfen, aber selbst diese E-Auto-Funktion ist noch in ihren Parametern sehr, sehr weitläufig verstellbar. Wenn man sich da ein bisschen Mühe mitgibt, kann man einen ganz tollen Bildlook damit erzeugen, direkt out of the cam. Und das ist dann halt schon bei der Unterschied zwischen der ganz normalen Neutral-Sache hier und das ist dann E-Auto. E-Auto aber auch auf neutral. Ja? So. Kann da mal ganz hilfreich sein. Ja? Oh, der guckt da auch sich was an, was weiß ich. Das war, ah ja, genau, das war auch auf der anderen Seite. Richtig. Hier habe ich irgendwo mal den, hier habe ich wieder ganz normal fotografiert, irgendwo habe ich hier auch mal mit dem Telekonverter rumgespielt, ich habe so viele Bilder von den Bären gemacht, ja, die haben sich richtig gezeigt, war richtig gut. Ja. Also zum Fotografieren wirklich richtig gut. Und jetzt sieht man hier wieder E-Auto. Also kannst du natürlich auch hingehen und kannst jede Einstellung bei der Olympus-Kamera und nicht nur bei der Olympus-Kamera, wenn du also hier auf diese ganz normale Belichtungseinstellung hier auf natürlich eingestellt hast, dann kannst du diese natürlich Belichtungseinstellung, also noch Vivid und den ganzen Kram, das kannst du aber innerhalb bestimmter Parameter alles noch verändern, dann kannst du das natürlich auch machen, wenn du möchtest. Aber das ist schon ein Unterschied zwischen den Belichtungseinstellungen hier. Ja, und vor allem die Messmethoden, die ändern auch teilweise sehr viel am Bildlook. Je nachdem, was du für eine Belichtungsmessmethode wählst, sieht das schon ganz anders aus. Manchmal hast du hier diese ESC, oder wie das heißt, eine Mehrfeldbelichtung, dann nimmst du mal Spot, dann trickst du ein bisschen rum, dann nimmst du mal, wie heißt es hier, mittenbetont und so weiter und so weiter. Also das Rumprobieren, das lohnt sich dann doch mal. Und mit mittenbetont fotografiert, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Noch schärfer geht nicht, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Die kann das immer nicht abwarten. Wenn du im Auto mit dir fährst und die merkt schon, du fährst wieder langsamer, dann kann die das nicht abwarten, dann will die raus. So ein Riesentheaterfleck auf der Zunge. Ja, das macht Spaß, die verschiedenen Methoden auszuprobieren, vor allem weil die Olympus Pen mit ihren Artmodis hier einige andere Sachen bietet, auf die man schneller zugreifen kann. Damit mal rum zu experimentieren, war mal wirklich sehr interessant. Ja, das hier war so eine Videoprojektion, die konnte natürlich nicht scharf werden, weil der Typ sich die ganze Zeit bewegt hat. In so einer Goldmine war das drin. Aber was man dann für Bilder bei totaler Dunkelheit machen kann, ist dann sowas. Ja. Damit ist alles klar für mich, was MFT und das Objektiv angeht. Ja, finde ich ein richtig cooles Bild. Es ist eine einfache, doofe Lampe, aber ein richtig gutes Bild. Hier wieder die Bären. Ah ja, und hier habe ich das mal ausprobiert, um es mal zu zeigen. Hier hast du dann zum Beispiel den Bär mit normal, ohne Telekonverter, mit dem 150er und hier ist dann mit Telekonverter. Wobei es sein kann, kann ich mich nicht mehr erinnern, dass ich dann den Zoom ein bisschen zurückgedreht habe wieder. Weil manchmal war das so, wenn du dann Telekonverter eingeschaltet hast und hast dann trotzdem auf 150 gelassen, dann war der Bildausschnitt zu eng und dann hast du zum Beispiel nur den Kopf von dem Tier drauf gehabt und sowas. Also es kann sein, dass ich wieder zurückgedreht habe. Ich mir das hier angucke, sieht das gut aus. Telekonverter, sieht auch gut aus. Also der Telekonverter ist für mich eigentlich die perfektere Lösung. Für mich persönlich, muss jeder selber wissen, wenn ich jetzt bei bestimmten Situationen, wie wir gleich bei den Eisbären oder Polarbären noch sehen können, bis du dann umgeschraubt hast, den Konverter dazwischen gemacht hast, ist eine bestimmte Situation eventuell schon vorbei. Ja, hast du umsonst umgestöpselt. So legst du dir den Telekonverter auf eine Taste oder bist flink genug, das übers Menü zu machen, zack, zack, Telekonverter an, aus und schon kannst du das mit Telekonverter knipsen. Da kann es natürlich mal sein, dass ein Bild, weil du die Einstellungen nicht so drauf hast, dass das nicht ganz so hinhaut. Aber wozu, was die Schärfe angeht, Topaz und gut, brauchst du nicht mal Topaz, macht das hier, das Workspace ja auch. Ich habe schon versucht, Wasserfall zu fotografieren, hat auch ganz gut funktioniert. Ja, kannst du hier so machen, kannst du so machen, mit Zeitautomatik habe ich das hier mal versucht. Da musst du natürlich aufpassen, dass du bestimmte Zeiten nicht überschreitest, weil, ja, das war auch eine gute Idee. Ja, egal, wenn dir irgendwas passiert, bist Asthmatiker, wirst du von der Biene gestochen oder sonst irgendein Scheiß oder bist Allergiker. Du kannst überall einfach nur die Nummer anrufen, Standort sagen, ruckzuck ist einer da. Und was mir auch noch aufgefallen ist, war für Hunde, weil Hunde, wie gesagt, dürfen ja mit, war überall an den Wegen entlang, egal wo, überall, massenweise Hunde-Tankstellen, überall so Hundenäpfe angebaut, wo Hunde trinken können und da war auch Wasser drin, sauberes Wasser, überall, alle paar Meter, richtig cool gemacht. Die hatten gar keinen Bock, die konnten es auch gar nicht anders knipsen, das war leider so, dass die sich versteckt haben, die hatten nur überhaupt kein Interesse daran, sich zu zeigen. hier habe ich dann mal offen fotografiert, nochmal offen fotografiert, mit verschiedenen Belichtungsmethoden ausprobiert, kann man sich schon ausmalen, was dir am besten gefällt. ist auch rumgelaufen da. Nachher kommt ein Polarbär, den haben sie gesondert in ein großes Gehege getan, weil der ist kleinwüchsig gewesen, kleinwüchsig, riesiges Vieh, jedenfalls stand da irgendwas davon, dass die kleinwüchsig ist und sich in dem normalen Gehege mit den normalen Polarbären nicht messen kann, deswegen haben sie die da lieber rausgenommen. Also bei den Tieren gehst du hin und tüftelst entweder rum, das ist das Problem, dass du mit den verschiedenen Einstellungen, Belichtungseinstellungen, ich hätte vielleicht hier einfach mal hingehen sollen und bin ich, warte mal, habe ich das gemacht? Ja, ich habe die Belichtungskorrektur nicht runtergenommen, also wenn du die Belichtungskorrektur hier runtergenommen hättest, hättest du das besser hingekriegt, ganz klar. Oder machst du es dann später, wenn du RAW fotografierst, machst du es dann halt in der Nachbearbeitung. Aber dieses strahlende weiße Fell bei der prallen Sonne, das ist schon lustig zu fotografieren. So, das weiß ich nicht, wo war denn die, das war glaube ich schon die Bärin hier, die ausgesondert war extra, ja das war die, die haben sie schon ausgesondert, das war diese angebliche Zwergwüchsige, die hat sich ja nachher richtig schön hingesetzt, da habe ich schon noch mal ein paar Bilder gemacht, mit Telekonverter und ohne Telekonverter und wie man sehen kann, brauchen wir nicht drüber diskutieren, gestochen scharf, aber das brauchen wir nicht. Ja, die hat schon nachher hier so hingesetzt. Ja, guck dir das Bild an, Wahnsinn. Was für ein Tier, einfach geil. So, das ist mit 150 gemacht, irgendwo habe ich schon noch mal ein Bild gemacht, ich habe so viele Bilder von der gemacht, ich habe da so durchgerattert, weil wann kriegst du das mal so zu sehen, dass die sich so da, dass sich ein Bär vor dir, genau vor deiner Nase so hinsetzt, ja. So richtig geil, guck dir das, Wahnsinn. Das ist ein richtig, richtig cooles Bild. Irgendwo habe ich da mal gesagt, so, guck, wie viele Bilder ich von dir gemacht habe, ey. Ja, und zwar hier habe ich das gemacht, das ist ohne Telekonverter, ja, und hier mit Telekonverter ist genauso scharf. Was soll ich da diskutieren? Ich brauche da nicht drüber diskutieren. Das hier ist ohne elektronischen Telekonverter, ganz normal mit 150, kann auch 100 gewesen, ich weiß es nicht. Und hier habe ich den elektronischen Telekonverter zugeschaltet. Erzähl mir mal einer was, das Ding macht die Bilder unscharf. Bullshit. Einfach Blödsinn. Blödsinn. Zack, ein Knopfdruck, Telekonverter an und die Situation ist da. Schneller wie das Tier unter Umständen da wieder weg ist. Also der Unterschied ist im Zweifelsfalle einfach witzig. Ich brauche das, diese MC-Dinger da nicht. Er müsste da in der Tasche mitschleppen und musste die wieder ab und wieder dran und wieder drauf. Ne, brauche ich nicht. Timberwölfe war sehr schwierig, die hatten überhaupt keinen Bock. Und eine gute Gelegenheit gab es da. Dann waren die da und dann war ich immer abgelenkt. War auch doof. Hätte ich gerne mehr Bilder von gehabt. Ja, das war ganz, ganz schwierig. Und die sind schnell, sehr schnell. Dann hättest du erst mal umfriemeln müssen. Das war das Problem. Dann hättest du erst mal wieder umstellen müssen auf Zeitautomatik unter Umständen. Kontinuierlichen Autofokus. Und bis dahin sind die wieder weg gewesen. Du hast nur Sekundenzeit gehabt. Und dann hast du wieder 20 Minuten da gewartet. Gab nichts mehr. Haben die sich verpisst. So, als ob die ab und zu mal gucken wollten, ob die Spinner, die draußen zugucken, alle weg sind. Also direkt wieder weg. Das scheint wohl ein Veganer gewesen zu sein. Hat irgendwie an dem Ast rumgekaut. Er hat seine Mütze verloren. Einfach nochmal Schärfe beweist für das Objektiv. mit der Biene war auch so ein Ding. Ja. Das war weg. Meter vielleicht. Ja. Ja, und hier Afrika thematisiert. Also ich könnte mich vertun, aber ich glaube, dass zum Beispiel in Alaska die Gehwege dieser Boden dunkel war. Und in Afrika war er rot. Meine ich. Ja, guck mal hier. Das muss man sich so lange daran aufhalten. Ja, mit den Löwen, das war natürlich ein Ding. Ja. Da musste ich einmal bei irgendwas ist mir aufgefallen. Guck mal an, wie scharf. Warte. Dass ich hier, dass der falsch fokussiert hat. Frag mich mal, wo das war. Ah, das war hier. Ne, war es nicht. Ja, jedenfalls habe ich irgendwann mal den Messpunkt, den Autofokus-Messpunkt. Du kannst ja nicht nur einstellen, wie viele Messpunkte, wie groß das Messfeld von Autofokus ist, sondern wenn du schon im Bereich, dass du nur noch ein Einzelmessfeld in der Mitte hast als Autofokus-Messpunkt, dann kannst du dieses ja nochmal in seiner Größe bestimmen. So, und da war ich dann leider mal gezwungen, das noch ein bisschen deutlich kleiner zu machen, damit du anvisieren konntest zwischen die beiden Strohhalmen. Weil irgendwo habe ich gehabt, dass du diese blöden Grashalme hier dann mit drin hatte und hat dann danach scharf gestellt. Also da musstest du dann auch ein bisschen tricksen hier. So, und das ist auch so ein Ding. Hier kann man sehen, das ist jetzt ohne Telekonverter und das ist mit digitalem Telekonverter. Ohne digitalen Telekonverter, mit digitalem Telekonverter. Denn hier, Zecken? Hehe, ich habe eine Zeckenzange, aber ich glaube, das magst du nicht. So, und das zeigt auch wieder, ich schleppe da kein extra Konverter mit. Gar kein Fall. Irgendwo war das gewesen, hat er die blöden Grashalme dann mit drin gehabt. Ja, wenn sie gestochen scharfe Bilder wollen wir gar nicht. Ja, das hier war auch so ein Ding, das himmelige Ding da, das Konste ja, das war sowieso so schwer zu fotografieren. Echt, ne? Hyänen war auch richtig geil. Die hatten auch keinen so richtigen Bock. Rumgechillt da, ne? Aber man kommt so nah dran und das 150er hat sowas von ausgereicht. Wahnsinn, ne? Hier musst du natürlich ein bisschen tüfteln, hier ist das besser geworden. Das ist ganz doof, du hast eine bestimmte Messmethode eingestellt, du hast deine Kamera ein bisschen eingestellt und je nachdem, wie die sich ins Licht gedreht haben, die Tiere, ne? War das ein bisschen doof zu fotografieren. Dann hast du das auf einmal anders umgestellt, dann sah es natürlich dann so aus, ne? Aber da musst du blitzschnell drauf reagieren, weil je nach Lichteinfall auf das Fell war das krass. Ja, guck mal hier. Ich finde die schön. Ein bisschen buckelig sehen die aus, aber ich finde die einfach krass. Ja, da gab es so viel zu fotografieren. Ich habe so unendlich viele Bilder gemacht, ne? Wahnsinn. Na, die waren auch cool. Die haben auf einmal gehört, dass der Pfleger kam, Essen gebracht hat und zack, zack waren sie alle Richtung Pfleger, ne? Und er hat denen da irgendwie, ich weiß nicht was, ob das Kirchchen sind oder sonst was, aber ich bin mir nicht so sicher, ob die Kirchchen herausspucken können oder ob die das nicht runterschlägen, weiß ich nicht. oder irgendwelche Beeren, ich habe keine Ahnung. Ja, und hier, zack gab es eine Möhre und haben uns verpisst, ne? Ja. Die hier, das war auch total kurios, die haben hier so große Kakerlaken gefressen oder was auch immer, das waren so riesige Käfer, ey. Und da musst du natürlich Glück haben, dass du sowas erwischst, ne? Das weißt du vorher nicht, wann die Fütterungen sind. Ich wusste das gar nicht, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Aber wenn er jetzt nicht Fütterung gewesen wäre, dann hättest du die Gelegenheit, den hier beim Fressen zu erwischen, gar nicht gehabt. Ja, der Aufpasser. Und dann mal eine einfache Schnecke, die am Wegesrand liegt, war natürlich auch mal ein Foto wert. Warum auch nicht? Offen fotografiert, ein bisschen in den Zoom reingedreht und offen hier anvisiert. Das ist aber schon, dass man mit der tiefen Schärfe schon auf diesem Blütending, das ist glaube ich, den Distel, spielen kann. Jetzt guckt ihr diese Schärfe an. Giraffen, auch sehr interessant, riesiges, riesiges Gelände, die haben sich wenigstens auch mal sehen lassen. Ja, gestochen scharf, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich bin mir nicht ganz sieht. Ich weiß, dass ich da einige Bilder mit iAuto gemacht habe. Ich glaube, das waren die. Ja, das sind iAuto-Bilder. So sieht das normal aus. Und das ist ein Bild mit iAuto. iAuto auf neutral, also stehen lassen. Und das macht schon einen ganz anderen Bildlook. Das ist richtig cool. Das haben nicht viele Kameras von Olympus. Und je nachdem, was du für eine Belichtungsmethode oder Spot oder was weiß ich was und da rum machst und sehen die Bilder natürlich immer wieder anders aus. Normales Bild, iAuto-Bild. Normales Bild, iAuto. Kann man mal nehmen. Ist eine sehr sinnvolle Funktion. Out of the camp. Richtig cool. Ja, Karpfen auch. Ja, die haben auch massig gehabt. Ja, Primaten. Apropos Primaten. Das ist ein Zoo. Also wenn du mal freilaufende, auf zwei Beinen laufende Primaten sehen willst, die teilweise auch Kinderwagen vor sich her schieben, dann bist du da genau richtig in dem Zoo. Also in dem Zoo und auch auf der Homepage überall unterwegs stehen überall Schilder nicht rauchen, rauchfreier Zoo. Nicht rauchen, rauchen verboten. Ja, überall steht das. Aber, da gibt es Wesen, die zünden sich dann trotzdem Zigaretten an und laufen damit rum und lassen ihre Zigaretten kippen da überall liegen. Obwohl überall Schilder stehen. Also, ja, deswegen, also wenn du Primaten sehen möchtest, auf zwei Beinen die Kinderwagen vor sich her schieben oder Bollerwagen hinter sich her ziehen, dann ist das dein Fotospot da. Wirklich. Vollpfosten. Hat schon Grund, warum da gesagt wird, nicht rauchen, ey. Also, kann man sich nicht einfach mal aber egal. Auch nicht so häufig, dass du hier Äffchen findest, hier bei der Fellpflege. Findet man schon mal, aber ja. Und das Coole war, um diesen, um diese Affeninsel, kannst du eine Bootsfahrt drum machen. Da ist ein Stückchen weiter, hier ist ein Bootsanleger, ja, und dann fahren dann immer so im Kreis so Boote um diese Affeninsel drum herum. Kannst du auch machen. Aber nicht mit Hund. Normalerweise konntest du überall mit Hund hin. Nur auf so ein, zwei Sachen nicht. Die Mureninsel nicht zum Beispiel. Und diesen Indoor-Kinderspielplatz und sowas konnte der Hund nicht. Ist ja logisch, aber auch in diese Schauhäuser, in diese großen, in diese großen überdachten Hallen, diese Tropenhäuser und den ganzen Kram. Und auch wo die, wo die, wo die Schimpansen drin waren, diese Häuser. Die liegen ja auf dem normalen Weg, wo du lang gehen musst und da kannst du auch mit durchgehen. Wenn du mit dem Hund irgendwo nicht reingehen darfst, dann stehen da auch Schilder, dass du mit dem Hund nicht reingehen darfst. Aber da gab es überhaupt keine Probleme. Guckt mal, wie gestochen scharf. Da sind da ganz putzige Bilder dabei. Sowas hier. Aufpasser. Guck mal hier. Was für eine Schärfe. Ja. Nein, die Bilder sind nicht nachbearbeitet. Die kommen so out of the cam. Man muss einfach nur wissen, wie man seine Kamera einstellt, wenn man es darauf anlegt, einen bestimmten Bildlook haben zu wollen oder erzeugen zu wollen. Ja. Das sind also Bilder out of the cam. Man kann bei der Olympus in jedem Bildmodus, den man sich aussucht, ob das jetzt auf neutral, neutral 1 und schwarz-weiß oder sonst was, das kannst du ja noch in seinen Eigenart und Feinheiten einstellen. Dann musst du da halt mal überlegen, was du da machst und wie du das einstellst, um einen Bildlook out of the cam zu erzeugen. Und dafür ist die PenF eigentlich sehr gut, weil die ein paar Vorteile bietet, was diese Bildlooks angeht, die Bedienbarkeit und sowas. Das ist schon ein bisschen anders. Ja. Und dann macht das auch Spaß. Ja. Pinguine. Ja. Da haben einige Leute tatsächlich ihren Kindern verklickert, dass die Schwimmflügel an hätten. Die haben das echt geglaubt. Ich finde die aber ein bisschen groß, diese Markierungen da, ehrlich gesagt. Diese Ringe hier. Komisch. Und hier mit Telekonverter. Voll ausreichend für mich. Auch cool. Bisschen unrasiert, aber naja. Habe ich gewackelt. Hier machen wir das mal besser. Ja. Auch nicht schlecht. Sag mal hier. Ah ja, das war dann die Libelle. Das war auch richtig, richtig gut. Da musst du dann auch ein bisschen rumtüfteln. So ist das normalerweise mit dem Bild. Und so. Und dann gehst du hin, machst den Telekonverter an und dann hast du das. Ja. Das Ding ist locker zwei Meter entfernt gewesen und dann mit Telekonverter kommt so ein Bild raus. Und ich sag's nochmal, nicht nachbearbeitet. Einfach mal nur so out of the camp. Hätte ich hier jetzt noch zum Beispiel auf Spotmessung umgestellt, wäre das noch deutlich besser geworden. Belichtungskorrektur, ein bisschen runter, wird besser geworden. Ja. Aber das war so eine Brücke. So eine Brücke über diesen See und andere Leute wollten halt auch an mir vorbei. Ja. Hier ist nochmal ein Beispiel. Normal und mit Telekonverter. Durch diese Tropenhäuser hier und den ganzen Kram kannst du einen Hund mitnehmen. Ja. Meines Wissens nach. Es stand nirgendwo ein Schild, dass du das nicht darfst und teilweise war das auch der einzige Weg, wie es weiterging. Ja. Wie die an hier. Grandioses Bild. Richtig cool. Ja. Ja. Hier auch. Den konntest du normalerweise so gar nicht fotografieren. Da sehen wir gleich auch nochmal, warum nicht. Das war hinter Glas. Ohne Gummilutsche. No. Habe ich mit Polfiltern zwei verschiedene Sorten Polfilter mitgehabt, verschiedene Marken hin und her probiert. Geht nicht. Du kannst mit Polfiltern zwar in gewisser Weise irgendwas machen, aber wer in Physik nicht nur in der Schule am Fensterhaus geglotzt hat, der weiß, dass je nach Einfallswinkel und all dem ganzen Kram und woher die Einspiegelungen kommen und sowas, da ist beim Polfilter auch ganz schnell mal Ende. Also kannst du hin und her probieren. Habe ich tausendmal probiert. In einigen Situationen klappt das. Ganz gut sogar. Aber die allerbeste Möglichkeit ist die Gummilutsche. Ohne Quatsch. Das ist das Allerbeste. Kannst du wunderbar dran halten und kannst dann hier, wenn das Objektiv drin ist, flexibel das Objektiv noch bewegen und hast rundum abgedichtet. Ist wirklich Gold wert, das Ding. Und da machst du richtig scharfe Bilder durch. Den hättest du so kaum fotografieren können hinter Glas. So normal, so mit Telekonverter. So. Gucken wir uns die Schärfe an. Gut. Hier mit Telekonverter. Schärfe auch gut. Keine Diskussion. Wenn du willst, kannst du in die Ohren rein fotografieren. Faulpelz da. Hat schon allen anglotzen lassen. So. Hier haben wir dann als nächstes mal ein Beispiel dafür, wie das aussieht. In ganz extremen Fällen. Das war so ein Richtig. Da konntest du machen, was du wolltest. Je nach Lichteinfall. Wie gesagt, konntest du das total vergessen. Hier kannst du die Raubkatze erkennen. Ja. So sieht das aus, durch die Scheibe fotografiert. Mit den Spiegelungen. Keine Chance. Polfilter hat es auch nicht hinbekommen. Kannst du machen, was du willst. So. Und dann nimmst du diese Gummilutsche. Machst du so ein Bild. Und das war aber so ein komisches Panzerglas. Da hast du sowieso immer Probleme mit der Fotografiererei. Egal, was du machst. Das ist ja so ein ätzendes Glas zum Fotografieren. Machst du nix. Aber da machst du so ein Bild. Ohne Gummilutsche. Sieht so aus. Kannst du wieder nach Hause hin. Und so machst du wenigstens dein Bild. Die waren auch total krass. Irgendwie sieht der aus, als würde er am Tresen hängen. Auch total genial. Die waren auch hinter Glas. Ohne das hättest du Einspiegelungen drin gehabt. Hier war es nicht ganz so schlimm. Hier hätte es eventuell auch noch mit dem Polfilter funktionieren können. Da habe ich immer keinen Bock mehr drauf gehabt. Es gab Brokkoli. Guck mal eine an. Ja. Ja. Habe ich also keinen Bock mehr drauf gehabt, die Polfilter da drauf zu schrauben und den ganzen Kram. Brokkoli. Gib mir den Brokkoli. Ja. Also irre. Aber ohne die Gummilutsche keine so schönen Bilder. Klarer Fall. Also das Ding ist sowas von Gold wert. Ich habe direkt eine welche nachbestellt, falls sie kaputt gehen. Der Typ immer noch am Tresen hier. Die hättest du gar nicht fotografieren können. Die waren ganz, ganz weit hinten drin. Krass. Der Gesichtsausdruck. Krass. Einfach genial. So. Ja. Die wollten nichts mit uns zu tun haben. Erstmal. Die dann auch. Die konntest du nur... Hier kannst du das sehen. Das ist der Unterschied. Hier kannst du das sehen. Hier hast du diese Einspiegelungen zum Teil. Ist nicht ganz so schlimm. Aber hier oben siehst du zum Beispiel den Dreck. Zeigt dich dann der Dreck an den Scheiben hier und den ganzen Kram. Durch die Einspiegelungen. Machst du die Gummilutsche dran. Dann musst du hier ein bisschen hin und her gehen. So. Weg. Ja. Musst du ein bisschen mit der Kamera die Position ändern. Mit der Kamera und dem ganzen Kram. Hier kann man es noch ein bisschen sehen. Den Schmodder hast du zwar hier immer noch dran gehabt. Ist ja klar. Der war ja an der Scheibe. Aber je nach Position, Lichteinfall. Und du kannst dann hier mit der Gummilutsche. Das hat dann wenigstens funktioniert. Dann hast du hier nicht hier diesen Mist davor. Also mit... Genau. Das war hier mit Polfilter. Ja genau. Das waren mit Polfilter die Versuche auch. Und das war dann mit der Gummilutsche. So war das. Das habe ich so ausprobiert mal. Ja. Okay. Und hier ist mit Telekonverter. Hier nochmal ein Bild ohne Telekonverter. Nehmen wir mal das Gesicht. Richtig schön scharf. Mit Telekonverter. gestochen scharf. Wobei wie gesagt hier sein kann, dass ich ein bisschen wieder den Zoom zurückgedreht habe, weil sonst der Affe nicht ganz drauf gewesen wäre. Da wäre er sinnfrei gewesen. Das war auf der Lemureninsel. Das war eine Insel, wo du wirklich draufgehen konntest und wo die alle frei rumliefen. Da durftest du auch nicht mit Hund drauf, nicht mit Kinderwagen, nicht mit Einkaufswagen, weil die sich vor da drin verstecken. Keine Ahnung was. Da hat ein Security-Typ extra vorne am Eingang gestanden von dem Ding. Da war auch alles abgesichert. So Elektrozaun und so Gitter, wo du drüber gelaufen bist, wo die wohl nicht drüber gehen und so. Wie das so Kuhgitter. Als Kuhgitter kennst du das ja. Ja. War ganz interessant. Ich habe nur einen gesehen. Alle Menschen haben nur einen gesehen. Und die laufen da absolut frei rum. Und da haben die auch so Kletterdinger, wo die dran rumhangeln. Die hangeln dir über die Köpfe rum normalerweise und so. Und die laufen da frei rum. Aber das war aber der Einzige, den ich gesehen habe. Wir haben alle gesucht. Wir haben nur den eingefunden. Die ganzen Leute, die da waren, haben nur den eingefunden. Aber da darfst du natürlich nicht mit Hund hin. Und dann geht es ab nach Asien, wie man sehen kann. Ja. Na klar. Aber hier ging das schon mal los wieder. Stochen scharf. Brauche ich nichts erwähnen. Ja. Ja. Woher. Der war total schwer zu fotografieren. Der war sowas in die Ecke gequetscht unten. Da musstest du auch. Das war hinter Glas. Darf man auch nicht vergessen. Das war von oben. Konntest du das Gehege reingucken. Aber das war mit dickem Panzerglas auch. Und ohne das hättest du schon mal gar nicht fotografiert. Konntest du nämlich kaum was erkennen. Alle Leute standen so an dem Glas, wie wir das kennen, um abzuschatten. Von Fotografieren gar keine Rede. Ohne Gummilutsche gar keine Chance. Ja. Und. Sehr schwierig. Nächste Gehege. Ja. Und da kann man drumherum gehen. Das sind diese Affengehege sind sehr, sehr groß. Diese Freilaufflächen da. Und da kann man drumherum gehen. Du hast immer die Gelegenheit, irgendwas zu erwischen, um die zu fotografieren. Ja. Was macht der denn später an sich rum? Na, na, na. Was machst du denn da? Ja. 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 Also du hast genug Gelegenheiten da zu fotografieren. Und dann, ja, hier. Das sind sogenannte Trampeltiere. Jetzt wissen wir auch, wie Trampeltiere aussehen. Wusste ich zwar schon vorher, aber nur damit sie dann mal gesehen hat. Ja, auch eine sehr seltsame Blume. Die habe ich so noch nie gesehen. Die war hier an dem komischen Tropenhaus, wo man nachher reingeht. War auch ganz witzig. Ja, so sahen die aus. Ganz kurios, ey. Ja. Ja, das ist auch nachher hingesetzt. Ich glaube, da habe ich auch noch mal Versuche gemacht mit Telekonverter, ohne Telekonverter. Ja. Ja, diese Gesichter, der war dann. Ja, der hatte überhaupt keinen Bock. Aber war das nicht da hinten, wo ich gesagt habe, ich probiere das mal mit Telekonverter aus? Ah ja, das war das hier. Das habe ich ohne Telekonverter. Und das ist mit Telekonverter. Ohne. Mit. Also elektronische Telekonverter, wenn du den in deiner Kamera drin hast. In unseren Olympus vor allen Dingen drin. Oder Panasonic weiß ich gar nicht genau. In den Olympus. Elektronische Telekonverter ist Gold wert, um schnell doch noch ein Foto machen zu können. Ein Ernstes. Ja, immer wieder geil. Dieser Gesichtsausdruck ist einfach Wahnsinn. Diese Gesichter sind Wahnsinn. Und du kommst richtig nah dran. Du kannst nichts falsch machen. Wenn du hier keine Bilder mit nach Hause nimmst, bist du wirklich selber schuld. Die Faulpelz hier auch. Das war auch hinter Glas. Keine Chance. Ohne das. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Aber es wäre ja mal ganz interessant, mal mit so ein paar Fotofreunden sich da zu treffen, auch welche aus der Nähe kommen, trifft man sich mal da in dem Zoom-Erlebnispark. Da ja mal rumlaufen, Fotos machen, sich austauschen, mal einen schönen Tag haben, hinsetzen mit Frau, Kind, Kegel, Hund und allem drum und dran. Was quatschen, was essen, was trinken. Das wäre ja auch mal eine gute Idee, dass man sich mal irgendwo bei schönem Wetter bei sowas trifft. Das ist bestimmt sicher auch richtig interessant. Verschiedene Leute auf verschiedene Kameras, Kamerasysteme und so mitnehmen. Da bestimmt mal eine richtig coole Sache. Da könnte man auch mal was in die Wege leiten. Das war jetzt richtig geil. Das ist ein richtiges Ding gewesen. Das war ein Gehege hinter Glas. Also stockdunkel. Es war stockdunkel. Du konntest nichts da drin sehen. Nichts. Da war nur ganz, ganz leicht, ganz wenig, so ein violettes Licht. Ganz wenig. Aber es war stockduster. Du konntest gar nichts sehen. Und da stand extra ein Schild. Bitte nicht mit Blitz fotografieren. So. Und unendlich viele Menschen standen da rum und haben die Tiere natürlich nicht gesehen. Du konntest die ganz weit hinten in der Ecke, in dem Ast, hingen die drin, die beiden. Da konntest du die erkennen. Aber du konntest die halt nicht sehen. Das war einfach viel zu dunkel. Das war wirklich stockfinster. Nur ansatzweise, wenn sie sich ein bisschen bewegt haben, konntest du sie erahnen. Und dann gehst du hin. Vor allen Dingen war das eine Scheibe, wo du auch so da wieder dran standst. Wegen den Spiegelungen und alles. Dann gehst du hin, machst die Gummilutsche dran. Objektiv dran. Und da kannst du schön rumsuchen. Und dann hast du nur das einzige Problem gehabt, weil Autofokus ging nicht. Anscheinend lag das an diesem IR-Licht, Infrarot, sag ich, an diesem violettfarbenen Licht. Und Hilfslicht habe ich nicht angehabt, weil du ja auch nicht reinblitzen solltest. Und du musst es also manuell fokussieren. Und da musst du praktisch im Stock dunkeln. Und du kannst im Sucher nichts sehen. Du hättest jetzt ein bisschen, dass du in dem Bildschirm die Helligkeit aufdrehen können. Okay, der hätte vielleicht Glück gehabt. Kannst im Sucher nichts sehen. Und du hast dich schon so konzentriert. Und du musst praktisch auf gut Glück ungefähr einschätzen, welche Entfernung du musst einstellen. Und ich war der Einzige, der nachher Bilder hatte von den Viechern. Die kannst du nicht sehen. Die sind im Stockdusteren. Und da standen nachher die ganzen Menschen um dich drum herum und wollten deine Bilder sehen, damit sie überhaupt mal wissen, was in dem Gehege ist. Abgesehen von dem Schild, was da hing. Da war ja so ein Tier drauf. Ja. Also, aus freier Hand. Lass mich gucken. Habe ich hier die Blende voll aufgerissen? Das war wahrscheinlich ein Fehler. Hätte ich ein bisschen mehr zumachen sollen. Hast du hier sekundenlang fotografiert, um die Tiere überhaupt zu sehen? Ich habe die ISO-Empfindlichkeit auf Auto gestellt. Ich glaube, die ist bei mir bei 1600 begrenzt. Wenn ich mich nicht irre, habe ich auf 1600 begrenzt ISO-Auto. So etwas kann durchaus sein. Und dann hast du mehrere Sekunden lang freie Hand fotografiert. Und das geht schon über das hinaus, was selbst der Bildstabilisator noch leisten kann. Das war richtig, richtig lang. Das waren mehrere Sekunden. Und trotzdem so ein Bild rausgekommen. Das war richtig interessant. Da werde ich beim nächsten Mal nochmal genauer austüfteln und genauer ausprobieren. Das waren diese Gehege hier. Diese riesigen Überdachten hier. Diese Tropenhäuser hier und sowas. Und hier sind die Tiere frei rumgeflogen und frei rumgelaufen. Ja, trotzdem durftest du da mit Hund rein. Aber die Tiere sind hier frei rumgeflogen. Und auf einmal sehen wir das. Flughunde. Liebe Leute, wir reden hier nicht von kleinen Fledermäusen, die hier um die Stadtlaternen flattern. Wir reden von Flughunden. Der war locker 10 Meter weg. Und der war derart mächtig groß. Die sind so groß. Wer es nicht mal gesehen hat, der glaubt es ja nicht. Die heißen nicht umsonst Flughunde. Die könnten auch Fluglabrador heißen oder so. Echt. Irre, wie groß die sind. Telekonverter an und zack. Irre, irre groß die Viecher. Wahnsinn. Und die hängen da einfach rum. So was. Fliegen da frei rum. Kommst du bis auf den Meter ran. Einen so einen weißen Flattermann hier, der ist überhaupt nicht weggegangen. Ist überhaupt nicht weggegangen. Die hättest du anfassen können oder was. Wie scharf. Mit Telekonverter. Elektronisch. Sehr schön. Der hat sich unter so einer Plane versteckt hier. Der hatte leider nur, der hatte irgendwie ein Auge weniger. Der hat, keine Ahnung, aber was war da? Hier gab es Futter. Hier auch wieder. Kommst du anfassen. Hättest du Hand ausgestreckt, hast du angefasst. Gesichtsausdruck hier wahnsinnig, ne? Sehr empfehlenswert dazu. Sehr empfehlenswert. Und sei es auch nur so eine Tür hier. So. So eine Kirchentür. Richtig cool. Und hier war noch so ein Diner. Da würde ich auch mal hinfahren und gucken. Und mal nachgucken. Muss ich dann mal auf den Plan gucken, hat da für ein Diner war. Und da muss ich mir auch mal angucken. Ja. Also war da mal so ein kleines Experiment. Normalerweise habe ich das große Objektiv an der EM1 Mark III dran. An der Pen F habe ich es bisher noch nie benutzt. Die Einstellerei an der Pen F, die ist ein bisschen anders. Da muss man sich ein bisschen, einige Menüpunkte sind da gleich. Oder das ist dann gleich. Ja, ist da der fette Sensor drin und alles. Aber andere Einstellungen wiederum liegen hier ein bisschen anders. Da ist ja vorne das Spezialwahlrad hier dran und sowas. Da musst du ein bisschen mit rumtüfteln, rum experimentieren. Hat sich aber gelohnt. Und es hat sich gelohnt, diese Gummilutsche wieder mitzunehmen. Ja, also das war wie gesagt das andere Modell mit dem größeren Durchmesser. Werde ich mir nochmal Ersatz bestellen, falls die mal kaputt gehen. Das Ding ist Gold wert. Wirklich Gold wert. Logisch, war klar. Das mit dem Objektiv war richtig gut zu halten. Hatte ich auch schon mal erwähnt. War richtig super. Eine richtig gute Kombi. Ich glaube sogar, dass die Kombi mit der Pen F besser ist, als wie mit der EM1 Mark III oder mit der OM1. Oder wie sie alle heißen, die neuen großen Dinger da. Ich glaube, dass das mit der kleinen Kamera besser ist und praktischer ist. War gut zum Tragen. Also war richtig super. Muss man halt nur ein bisschen gucken. Da habe ich einige Schwierigkeiten gehabt mit der Menüfunktion. Das war jetzt so das erste Mal, dass ich so richtig, richtig die Pen F so im Einsatz hatte. So. Und dann direkt mit diesem dicken Pro-Objektiv da drauf. Ja. Aber hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zoom-Erlebniswelt. Sehr, sehr empfehlenswert. Auch wenn es nicht unbedingt ganz günstig ist. Aber sehr, sehr empfehlenswert. Ich werde auf jeden Fall nochmal da hinfahren. Und dann werde ich wieder genau mit dieser Kamera und Objektiv-Kombi da hinfahren. Vielleicht gehe ich dann auch mal hin und mache da mal mit Vollformat ein bisschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich muss nicht unbedingt Vollformat da mitschleppen. Aber wie gesagt, das ist kein Hate auf Vollformat. Wer da Bock drauf hat, kann das ja gerne mal machen. Da kommen mit Sicherheit auch perfekte Bilder raus. Gar keine Frage. Ist aber mit Sicherheit dann auch ein bisschen mehr Kameraausrüstung mit rumzuschleppen. Ja. Vom Vorteil ist tatsächlich, wenn du einen schnellen Autofokus hast. Und wenn du hier die Möglichkeit hast, bestimmte Funktionen wie mit dem Telekom-Werter schnell umschalten zu können. Ja. Auf Taste legen und sowas. Weil die Tiere bewegen sich. Die warten nicht, bis du abgedrückt hast. Und manchmal ist das echt wie bei den Wölfen. Du hast Sekundenzeit nur. Und das ist irre. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, also wäre gar nicht mal schlecht, wenn sich da mal ein paar Fotofreunde finden und da mal rumlaufen. Das ist bestimmt eine ganz lustige Sache so, ja. Kann man den ganzen Tag, möchte ich nochmal sagen, wir waren 13 Uhr da. 18 Uhr 30 machen die zu, das ist schon sehr knapp. Wenn du ein bisschen dich hinsetzt und auch mal einen Riegel isst und ein bisschen was trinkst, ja. Dann ist das schon sehr knapp. Also ich habe zwei, dreimal Pause gemacht, mal so einen Müsli-Riegel gegessen, was getrunken. Und einmal diese überteuerten Fritten. Sorry, muss ich sagen, es ist echt überteuert. Das ist eine kleine Fritten mit einem Klecks Guacamole. Hier ein bisschen frisch geschnittene Tomaten und Sauercreme drauf. Acht Euro, ne. Also wundert euch nicht, dass die Leute mit Bollerwagen rumlaufen. Echt nicht. Hat sehr, sehr gut geschmeckt, das ist nicht die Frage, ne. Aber es ist auch ein Preis, Leute. Quatsch. Man muss auch ein bisschen Kritik mal vertragen. Das ist einfach zu teuer, ehrlich. Ja, aber egal. Habe ich mir ein bisschen gesetzt, habe das mal probiert und dann bist du mit der Zeit knapp dran. Ja. Die verkaufen auch so Karten ab 16 Uhr nachmittags für einen sensationell günstigen Preis. Aber von 16 bis 18.30 Uhr kannst du durch die drei Themenwelten eher einen Dauerlauf machen, ja. An einigen Stellen musst du ja auch mal ein bisschen Warten und Geduld mitbringen, damit du richtig so ein Tier fotografieren kannst, ne. Aber sensationell, sehr gut gemacht, riesige Gehege. Und die Gehege sind von mehreren Seiten immer einsehbar. Absolut genial gemacht. Und vor allen Dingen kann man sagen, der größte Vorteil für mich persönlich und viele andere ist auch, du kannst mit Hund hingehen. Also liebe Hundebesitzer, die da hingehen, haltet euch bitte an die Regeln und seht zu, dass das auch so bleibt. Das ist nämlich in den meisten Zoos nicht mehr so. Und dann lässt du deinen Hund zu Hause. Ja. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, schauen wir mal, was wir als nächstes Mal machen. Schauen wir mal auf die nächste Tour damit. Die arbeite ich dann schneller durch und mache dann nur ein kleines Update. Und ansonsten würde ich sagen, ganz einfach Tschüss und bis zur nächsten Fototour. Eeraio. Undersなこと.